Heute freue ich mich selber über den festlichen Weihnachts- und Winterkranz, den ich entworfen habe. Ihr könnt ihn als Tür-, Wand- oder Tischkranz dekorieren. Die glänzenden Blüten sind einfach herzustellen, wenn ihr das passende Geschenkband verwendet. Viel Spaß beim Basteln! Hier zeige ich euch die Blüte nochmal im Großformat. Für die Bastelarbeit benötige ich nun folgende Materialien. Ich habe hier einen Styropor-Halbkranz mit den Außenmaßen von 30 cm. Den umwickele ich mit schöner weißer Kuschelwolle. Dann habe ich hier Tannenzweige, so kleine Stückchen in Kunst. Ihr könnt die aber auch in Natur nehmen, wie ihr möchtet. Wichtig ist ein Geschenkband. Und zwar, das Geschenkband sollte innen und außen, also beidseitig, eine Drahtkante haben. Und eine Breite von 4 cm. Ich brauche ungefähr 12 m. Weiterhin brauche ich Stecknadeln, eine Perlengelande mit kleinen und eine mit großen Perlen. Eine Schere, ein Alleskleber, ein Heißkleber und eventuell eine Kerze, wenn ihr die in den Kranz stellen möchtet. Ich habe nun den ganzen Kranz mit der Wolle umwickelt. Das heißt, ihr fehlt noch ein kleines Stück. Ich habe die Wolle hier so angeheftet mit einer Stecknadel. Ihr könnt es auch mit einem Heißkleber festmachen, aber so geht es auch ganz gut. Und dann wickele ich die Wolle stramm darum. Ihr könnt euch am besten so kleine Wollknäule wickeln, dann kann man das immer so gut hier da durchstecken. Und dann wickele ich halt den Rest des Kranzes hier noch schön auf. Sieht dann so richtig schön winterlich aus. So, einer Tasten machen. So, jetzt schneide ich hier den Rest durch und klebe den eben mit ein bisschen Heißkleber fest. So, mein Kranz ist fertig. Natürlich nur der Grundkranz. Und jetzt zeige ich euch, wie diese Blüten entstehen. Mit den Blüten kann man wirklich schön viel machen, Geschenke auch noch bekleben oder die einfach so auf den Kaffeetisch legen. Also die Blüten, finde ich, sind wirklich toll. So, dafür schneide ich von dem Geschenkband einen Streifen von 44 cm Länge ab. So, das Band, habe ich ja eben gesagt, sollte auf beiden Seiten ein Draht so haben. Den hole ich mir so auf jeder Seite, also hier oben auf der Seite und hier raus. Dann kann ich den raffen. An den anderen gehe ich gar nicht dran, sondern nur hier an diesen oberen. Damit die nicht ausfransen, habe ich diese Ränder jetzt kurz mit einem Kleber so ein bisschen noch eingeklappt und festgeklebt an beiden Seiten. So, und dann beginne ich, diesen Draht hier zu ziehen, am besten von beiden Seiten. Also nicht ganz zu doll ziehen, mir ist auch schon so ein Band mal gerissen oder so ein Draht. Also ein bisschen so mit Gefühl. So, und dann knote ich den Draht, hier die beiden Enden, zusammen. Ich mache hier sofort mal so einen Doppelknoten. Dann ziehe ich die Blüte nochmal schön zusammen. Aufpassen, nicht zu doll, nicht, dass der reißt. So, das so knote ich jetzt noch ein paar Mal, damit es auch gut hält. So, und dann schneide ich diese Enden ab. So, und damit die Blüte schön geschlossen ist, klebe ich hier das offene Ende hier oben nochmal zusammen. So. Dann drücke ich die Blüte ein wenig platt. So. Dann trenne ich mir von der großen Gelande als erstes hier eine Perle ab. Schaue, dass ich hier den Faden so ein bisschen weggeschnitten bekomme. Manchmal kann man das auch ganz gut mit einer Nagelschere. So, dann setze ich diese Perle als erstes ein. Und zwar muss ich hier außen so den Klebstoff aufgeben und drücke sie so hier so in die Mitte. So, also der Rand sollte sich mit dem Geschenkband verbinden. Ich finde die Blüte auch schon so ganz schön, aber ich habe festgestellt, wenn ich jetzt noch von meinem Perlenband, ihr müsst das abmessen, bei mir passen sieben Perlen für den Rand. Das liegt immer dran, wie weit die Perlen so auseinander sind. Die klebe ich hier zusammen. So, lass das so ein wenig anziehen. Dann gebe ich an zwei Perlen ein wenig Klebstoff auf und drücke den Rand hier so einfach um die große Perle herum und schon ist erstmal eine Blüte fertig. Klebefäden könnt ihr dann absammeln. Und von dieser Blüte stelle ich jetzt einige her. Ich habe nun einige von diesen Blüten angefertigt und jetzt könnt ihr die Blüten festkleben, aber auch feststecken. Ich stecke die mit Stecknadeln hier jetzt fest, da ich die vielleicht nochmal von dem Kranz wieder runternehmen möchte, um sie anderweitig zu gebrauchen. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Den wollte ich wohl rundherum mit diesen Blüten bestecken. Ihr könnt die Blüten aber auch, das zeige ich euch mal sofort, so aufkleben, dass sie so übereinander lappen. Das sieht auch ganz schön aus, aber ich wollte jetzt im Grunde nur die so nebeneinander rein. So ist mein Kranz fertig. Ich wollte ihn so ganz schlicht nur mit den Blüten lassen. Ich zeige euch aber nochmal eben, ihr könnt natürlich einzelne grüne Zweige hier so dazwischen festkleben. Das ist einfach Geschmackssache, so wie ihr das möchtet. So würde das so in etwa aussehen. Das könnt ihr rundherum machen oder so an einer Stelle. Schaut mal, wie es euch gefällt. Der Kranz kann auch schön als Kerzenhalter genutzt werden. So, wenn ich die Kerze einfach da hineinstelle. Ich möchte ihn aber aufhängen. Ich wünsche euch viel Freude an dem schönen Kranz. Wenn ihr Lust auf weitere Bastelideen von mir habt, dann abonniert doch meinen Kanal. Denn dann erfahrt ihr sofort, wenn ich ein neues Video ins Netz gestellt habe. Bis bald. Eure Angelika Kipp Eure Angelika Kipp Eure Angelika Kipp Eure Angelika Kipp